Ich hätte eine Energietank hernehmen sollen. Na gut, aber egal. Oh mein, Eis-Shoot. Shoot-Gar-Eis, glaube ich, war es. Oh. Komm. Rühr dich ein, gut. Zack, einmal. Zack, zweimal. Zack, dreimal. Zack, viermal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist echt schittig. Ja. Okay, Leute. Wohl einer der schwersten Endposse, die ich bis jetzt nicht gesehen habe. Ey, ich bin jetzt echt ins Schwitzen gekommen. Meine Güte. Ey, was ist das für ein Pass? Den man einfrieren kann. Meine Güte. Okay, egal. Du bekommst eine Elektrische. Du bekommst eine Elektrische. Du bekommst eine Elektrische. Okay. Ähm. Ich würde aber gerne nochmal in die... Aha, okay. Hier kann man dann... Gut, ich möchte jetzt aber nochmal hier reinschauen. Denn ich möchte diesen... Energietank haben. Okay. Ich weiß nicht, wie ich an diesen Energietank sonst rankomme. Dann... Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Wo könnte der Trick sein? Schau mal hier mal nach links. Nein, auch nicht. Ich würde Energietank haben, das steht schlussisch schon da. Es geht hier aber irgendwie nichts anderes. Was? Was ist denn diese... Wie kann ich denn in diesen blöden Energietank ranken? Hm. Hm. Ja, wer nicht. Hallo? Jetzt herunter. Ich teste einfach mal ein paar... Ähm. Waffen. Die hier irgendwie weiterkommen. Dumm. Ne. Ich finde das Geräusch so gut. Dumm. Dumm. Feuer. Feuer. Oh, nice. Cool Sache. Das ist ja auch genial. Oh, was passiert jetzt? Das sieht man nicht. Ja, super. Komm, ich will Licht. Ich will das sehen. Ah, okay. Auch gut. Das sieht ja echt genial aus. Juhu. Juhu. Tut mir leid. Das ist jetzt eine Spielerei bei mir gerade. Wow, wow. Das sieht wieder nice aus. Super geil. Okay. Ich komme trotzdem nicht an das Ding ran. Hm. Spam. Auch nicht. Ich werde nicht an das Ding ran. Aber was ist denn hier? Oh, wenn ich nicht an das Ding ran. Ich bin unsichtbar. Ach so. Ich kann mich damit vielleicht weiter. Oh, wie will. Dass ich mich noch durchtarnen kann. Hm, scheinbar nicht. Hm. Hier geht's auch nicht weiter, oder? Nein. Hm, 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 hm. Leute, ich versuche hier Offscrew noch ein bisschen rum und, ähm, ich zeige euch dann, wenn ich was gefunden habe. Bis gleich, ciao! Leute, ja, ich habe den vierten Energietank, wie man hier sehen kann. Und zwar war das relativ simpel, also man hat hier eigentlich nur mit dem Umar-Kader den so holen müssen. Aber, gut, ich weiß nicht, wie viel Schiss ich dafür gebraucht habe, bis ich das hingekriegt habe. Ähm, ja. Gut. Dann sind wir jetzt bei... ...was auch immer das darstellen soll. Hm, werden wir sehen. ...ready. Let's split up. I'll go in first and then you can slip in while I keep the main defense force busy. Ja, okay. Ich gehe in die andere Richtung. Nein. Juhu. Ich bin getroffen worden. Hm, toll. Ich weiß gar nicht, wie weit ich in dem Spiel schon bin, ähm. Ich weiß nicht, ob es so viel noch gibt. Ja, mal schauen. Bam, 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 bam. Hm. Nein. Puh, ich bin bei ner runter gesprungen. Nein, nein, äh, 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 äh. Ja? Wer ich? So. Nein, nein. Oh, toll. Ähm. Wie ich sowas hasse. Na gut. So. Ich versuche hier gerade nebenbei meine Energietanks aufzufüllen. Ah, ist doch nicht. Nein. Aber. Ach, komm. Das hat jetzt echt zu sein müssen. Okay. Ja, genau. Ist gut. Ich weiß. Ich schaue so aus. Okay, das ist das zweite. Ungefähr zur ehemaligen Folge. Hm. Nein. Was war denn jetzt los? Ach komm. Nein. Das ist... Wie viele Leben habe ich denn noch? Eins oder habe ich... Okay. Zwei Leben noch. Oh, ja. Oh, glaube ich muss noch kurz weg finden. Ein wirkliches drastische Kliskonik? Eine andere homework ... Hilfe! Hilfe! Hauf! Hilfe! Boah, habt ihr gesehen, wie ich die Dinger ausgewichen bin? Hammer, oder? Ich sollte schon ein Applaus wert sein. Nein! 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 Ich mag die Stelle nicht! Habe ich schon mal gesagt? Leute, bevor ich hier weitermache und noch weiter verzweifle, machen wir hier einen Schnitt. Und jetzt machen wir einen Schnitt. Und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder bei Let's Play Megaman X. Ciao!